Mein Name ist Linda Indergant, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme von Sillene, das ist im Kanton Nuri. Und Velofahren mache ich schon seit ich klein bin. Die Saisonziele ist sicher konstant, die Rennen zu fahren, über die ganze Saison. Und im Weltcup, beim Top 5, vor allem abzuschliessen, wäre sicher toll. Die Stimmung im Team ist wirklich gut. Ich denke, das ist unser Geheimrezept, dass wir Fahrer untereinander einen guten Zusammenhalt haben. Wir helfen einander, wir unterstützen einander und wir pushen uns gegenseitig zu Höchstleistungen. Die Yolanda Neff ist gleich alt wie ich. Wir fahren seit 10 Jahren immer gegeneinander oder eben miteinander. Und in den Trainingslager ist es wirklich halt zusammen. Vor dem Rennen, nach dem Rennen sind wir auch Freundinnen. Und während dem Rennen, ja, wird jeder schneller sein als die anderen. Aber das ist jetzt nicht so eine Rivalität, dass man sonst gar nicht mehr miteinander spricht oder irgendwie so.